Willkommen zurück bei Avatar. Amy? Hä? Jetzt ist unsere Quest auf einmal da? Ich bin... Hä? Wo ist sie denn jetzt... Wo ist sie denn jetzt auf einmal da vorne? Hä? Ich bin irritiert. Ähm, muss ich was essen? Nein, tatsächlich muss ich nichts essen. Wo ist sie denn jetzt auf einmal da hinten? Ach, klar, weil sie da hinten steht. Deswegen ist sie da hinten. Guck mal, da sind... Okay, hi. Oh, ist... Gott, wie schnell die Nacht... Wie schnell wird's nicht in die Nacht? War doch grad da... Das war jetzt ein smoother Übergang von Tag zu Nacht. Der hinten leuchtet hat. Wie sagt was? Du bist wahrscheinlich auch nur lila, oder? Ja, aber bis jetzt... Wenn wenn die das... Okay, die machen nur an bestimmten Tagen auf. Okay, hier haben wir die Quest ab. Da ist eine in der Mitte. Ah, du bist Gold. Das war Gold. Ich bin jetzt auch wieder. Ey, ich glaub, wir haben genug von den Teilen. Ich glaub... Noch mehr, glaub ich, werde ich nichts einsammeln davon. Sonst haben wir nämlich gleich keinen... Wir haben auch so, glaub ich, keinen Platz mehr. Mein Ziel, meine Beute. Nach all der Zeit ein so würdeloser Tod durch die Himmelsmenschen. Ich hatte dieses Biest oft im Visier. Meine Pfeile verfehlen nur, wenn ich es will. Das Biest habe ich viele Male verfehlt. Es ist seltsam. Es hätte mich fast getötet. Und doch sehe ich es als Opfer. Wie mich selbst. Was ist passiert? Jetzt warst du bereit, es zu töten. Ich musste es tun. Die hasserfüllten Himmelsmenschen mit ihren schrecklichen Waffen haben mich gezwungen. Es war verwundet. Rasend. Es sollte in Würde sterben. Ich habe versagt. Ich habe gezögert. Mich geweigert, das Richtige zu tun. Meine Tatenlosigkeit endet jetzt. Anufi braucht mich mehr als je zuvor. Es ist Zeit für mich nach Hause zu gehen. Ich sehe dich, mein Bruder. Ruhe in Frieden. Ruhe in Hunger. Du kannst die Jagd beenden. Ich mache für uns beide weiter. Laufe für immer mit Ewa. Ein komisches Gewand für eine Navi. Okay, wir haben irgendwas Verwandtes gekriegt. Oh, die müssen wir mal gucken, wo wir die finden. Warte mal. Ähm. Jagd, wo haben wir es denn? Äh, wo ist es denn? Ah, sind die. Die sind das, oder? Ja. Seltenes Schlammung sind oft in der versteckten, verstrickten See im Norden des vorhandenen Weiders. Verstrickten. Was ist denn der verstrickte See? Großer. Ein verstrickter See. Wo soll der sein? Verstohlener Fluss. Was ist denn der verstrickte See? Muss ich nicht... Strickter See. Okay, vielleicht sehen wir es mal, wenn wir dann vorbeifliegen oder so. Ich wünsche mir auch ein Abenteuer. Wie in der Geschichte des Nachtjägers. Der, der mit allen Clans jagen wollte? Ja. Du brauchst etwas, nicht wahr? Ja, ich brauch etwas. Du hast bessere Arme Schienen als ich. Das ist auch definitiv besser als meins. Ähm. Die Musik ist halt so schön. Ich finde, die Musik hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Avatar tatsächlich. Muss ich sagen. So leicht. Ähm. Bis bald. So. Wir haben eine andere Quest. Äh. Äh. Nein. Wo ist die? Ich muss die Auswahl der Herrscher in der Harmonie. Ich muss meine Helfen. Der Lege von jetzt hier mit einen sauberen Kill. Hammerkopf und Riesenheuler. Siege MPA-Kommandos in denen nur schwachstellen und Panzer... MPA-F... Okay. Erf... Der Lege von der Welt hier! Bilder Natterwolf, Bilder Thanator... Tanathor. Äh... Achso, das war die Quest, die ja gar nicht angezeigt worden ist. Äh? Ja, zuerst war Gemeinschaftsbeitrag. Ach, das ist schon. Okay. Ähm... Ist das? Berichtet Taku über die Kammertiere. Taku. Wo soll ich da hin? Er arbeitet im Lager wachsamer Speer in der Nähe der Schwingenberge. Der Schwingenberge? Der Schwingenberge? Der Schwingenberge? Aber dann... Er arbeitet beim Lager wachsamer Speer in der Nähe der Schwingenberge. Wachsamer? Schwingenberge sind doch das hier, oder nicht? Oder meine ich das noch? Wo sind denn hier die Schwingenberge? Ach, guck mal. Hier ist auch noch so eine... Die ist aber neu. Die war doch vorher nicht da. Schwingenberge? Ja gut, die könnten auch hier sein. Der Schwingenberge? Der Schwingenberge? Die war doch... Herrliches Wandgemälde. Wollen wir aber gucken. Was soll das sein? Herrliches Wandgemälde. Ach, das ist irgendwo... Warte mal. Das war hier oben. Das war da. Das war da! Dann nehmen wir die mal ab. Wir müssen eben ein bisschen aufräumen, bevor wir die Hauptquests weitermachen. die sich nicht im Ring lösen lassen. Naja, wo ist denn? Das war freundlicher. Also... Machen wir mal das Wandgemälde vielen fertig. Ich habe die Neuigkeiten gehört. Ich habe etwas über die Kammetiere gehört. Eine Aufgabe für uns. Meinst du die Gedenkstätte? Ist sie noch nicht fertig? Sie war sogar perfekt. Aber die Gunst muss sich eben anpassen. Und da wir nun einen weiteren Clan unter uns haben, müssen wir sie erweitern. Wir brauchen also neue Farbe? Eine Farbe für die Stille, den Nebel, das Mysteriöse. die eine Farbe des verhangenen Waldes. Was gebe ich denn in Ruhe? Fuck! Ich würde mich nicht zum Wald von den Seiten anfangen. Oh Gott, ey. Guck mal, wo ist denn jetzt hin? Ach, hier hinten. Da hinten? Ne. Ach, nach Farbe? Der kann man hier... Okay. Okay, okay. Okay, okay. Machen? Wie heißt die Kräste? Mal gucken. Wie heißt die Kräste? Das trifft der Jäger. Liefert den Beitrag. Knochenschützer. Knochenschützer. Das könnte auch viel Ärger bedeuten. Wer weiß. Was? Erneut deckt der Nachthimmel uns mit Sternen zu. Wir haben eine viel bessere Ausrüstung als das. Ja, würden sie sein. So filigran. Sollen sie getragen werden? Zur Jagd, zum Tanzen oder zum Trauern. Wenn du eine wählen müsstest. Für euch alle. Welche Farbe hätte sie? Nein. Eine Maske passt doch aber nicht allen. Man müsste sie aus Nebel herstellen. Die Farbe des Safts von Pilzen wäre passend. Die Farbe des Nebels. Des Dunklen. Also, einen Pilz soll ich jetzt haben? Oder was? Radarpilz. Radarpilz. Was ist denn Radarpilz? Was ist ein Radarpilz? Was ist ein Radarpilz? Radarpilz. Warte mal, die hab ich doch tatsächlich. Ähm. Ein Radarpilz. Jetzt muss ich mal eben gucken. Radarpilz haben wir tatsächlich. Ich hab die sogar eingesammelt. Ich hab die sogar eingesammelt. Ähm. Müssen wir eben gucken. Da irgendwas essen. Radarpilz. Äh, Radarpilz. Glaube ich noch nicht. Ist egal. Sie sind alle nur nieder. Nieder ist halt kacke. Ich brauch halt eine bessere Farbe. Radarpilz. Guck mal eben in der Kiste. Radarpilz. Radarpilz. Das war nämlich irgendwas zum Essen. Nee, ich hab keine Radarpilz. Oh, das ist natürlich. Ähm. Guck mal eben, weil wir auch hier so Sachen haben. Frühchenstilzapfen. Frühchenstilzapfen. Beim Gucken. Ähm. Frühchenstil. Frühchenstilzapfen. Haben wir nicht. Hm. Haben wir was anderes? Ähm. 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 Achso. Achso. So. Wir hatten welche gefunden. Tatsächlich. Und zwar. Wo sind wir hier rausgekommen? Ähm. Irgendwo kamen wir. Wo kamen wir hier raus? Ähm. Irgendwo kamen wir raus, wo wir die... Wo war das? War das hier? Wir sind eh irgendwo sind wir rausgekommen. Hm. Guck mal da. Irgendwo sind wir rausgekommen. Immer da sind wir rausgekommen. Da sind doch welche auch auf besser. Aber. Warte mal. Ich muss mal irgendwas essen. Nimm mal die eben mit. Nimm mal die eben mit, wenn wir schon hier sind. Brauche ich nicht nochmal hin. Da läuft eins. So. Wo ist der andere? Der andere ist ja irgendwo da vorne. Du bist zum Beispiel. Nein. Nein. Ich schicke dir die Koordinaten. Echt? Es ist toll wenn sie einfach abhauen und wir... Warte. Oh nein. Ich kenne dort jemanden. Einen Informanten. Hab länger nichts von ihm gehört. Schau bitte ob er was da gelassen hat. Wir müssen rausfinden was los ist. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja das mache ich aber jetzt nicht. Ich mache jetzt was mit der Farbe zu Ende. Ähm. Aber wie kann ich die tatsächlich... Ich kann die einsammeln. Ich habe die noch nie eingesammelt die Sachen. Von denen hier tatsächlich. Das sind die falschen oder? Mal gucken. Äh. Äh. So. Meist auf einmal im purpurdicken Biom des Fangenden. Weil seltenere finden sich oftmals in der Nähe vom Wasserfell im nördlichen Purpordickicht. Guck mal. Nördlich. Also hier oben. Äh. Biom. Weiß Biom. Flacher Biom. Hier oben. Vorpordickicht. Bei dir. Nachiblem paciften. In dem Foundation. Nach 최근 verbal kiffen. Und mit den tr sentiments. Adu dig. In den origen Collecten. Ich bin ja im Norden. Ich bin nicht ganz im Norden, jetzt mal eben gucken. Ah, da ist der Popo dick. Aber ich komme da wahrscheinlich nicht näher dran. Gucken wir mal hier. Da sind sie, guck mal da. Nur wie? Besser Qualität bei Nacht. Das ist cool, aber... Au! So. Ich weiß nicht mehr, wenn die Radalpilze damit... No, nicht. Okay. das muss man ja auch erst mal wissen was ist das denn blut egel ok alles klar wachsende blut egel ja 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 da ist zum beispiel also ich die machen jetzt hallo Ach, heute ist es voll. Okay, Hammer. So. Mal wieder hin. Oh, Lila. Dann habe ich mich jetzt bewegen, darf ich jetzt hier weg oder wie sehe ich das jetzt? Ähm. Na. Sehen wir den das mal und dann machen wir die Hauptquist. Oh, da war der. Wirklich total mysteriöse Farbe. Für ein Meisterwerk. Sieht schon hübsch aus, tatsächlich. Auch wenn ich nicht so ganz... Ich verstehe, was es sein soll, aber es sieht halt echt hübsch aus. Yay. Guck mal nochmal. Ähm. Okay, da kann ich auch direkt zurück. Dann gehen wir da auch nochmal hin. Äh, wo ist sie denn? Da unten ist sie. Ähm. Okay, die beiden habe ich auch noch nicht angesammelt. Dann gehen wir die beiden auch nochmal ein. Ähm. Das eine müsste da irgendwo da vorne... Da hinten ist sie. Seht das? Da ist das eine. Da ist das eine. Da ist das eine. Das andere müsste... Oh. Äh. Aua. So, warum machst du denn? Hier sind auch so Blut-Eheviecher. Oh. Was ist das? Was ist das? Da hinten. Blut-Ehebel. Ja. Na also, guck mal. I found it. So, da vorne ist unsere Quest. Die gehen mal auf. Die gehen mal dann auch mal ab. Ui. Es ist cool, dass sie so ein Ding wächst, wo du direkt rausklettern kannst. So. Okay, der kann dann weg. Ich wollte gerade sagen. Die müsste doch da vorne eigentlich sein, oder? Da oben ist sie doch. Huh? Huh? Okay, komm ich dann. Ich wollte gerade sagen, lass mich doch da hoch. Da liegt es. Da liegt es. Muss auch immer es sein nochmal sein soll. Ah, steht! Es geht ihm besser. Aber solange die Himmelsmenschen seine Heimat mit ihrer Basis verschmutzen, schwebt er noch in Gefahr. Ich weiß, sie sind weg. Er ist vorerst sicher. Das ist wundervoll. Dann kann ich zu den Höhlen zurückkehren. Komm mich gern dort besuchen. Mein riesiger Freund will sich sicher auch bei dir bedanken. Sag doch mal Hallo, wenn du kannst. Oh, wie schön. Ich kann eine Bindung einkennen. Ich kann eine Bindung einkennen. Ich liebe tust du. Aber er klammert zu sehr. Ah. Schön. Wie schön. Mal das auch. Äh. Sprich mit Tuk Tuk über das Wandgemälde. Ich... Oh, ich hab die Quest nicht beendet, Idiot. Hätte ich erst gewusst, dass ich mit dem wieder reden muss. Achso. Ich wollte ja mal das Bild in Dings rein schicken. Warte ich mal in. Ähm. So, ich hab das Bild mal in Dings rein geschickt. Im Discord. Da sieht man hoffentlich irgendwie ein bisschen den Unterschied. Das ist ein sehr großes Wandgemälde. Tatsächlich. Das ist ein sehr großes, auf allen Dingen schönes Wandgemälde. Ist es fertig? Du bist eine wahre Künstlerin. Was für eine langweilige Rüstung. So. So, jetzt aber. Jetzt machen wir die Hauptkünstler. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.